das dürfte kleon interessieren und wäre der beweis den er will gut zum glück jetzt nicht ganz von anfang an uiuiui willkommen von hier drüben warten warten wie du bist nicht tot wie du bist nicht tot und wie die jetzt bin ich aber sauer gut aber der hatte uns nicht gesehen das ist schon mal sehr lustig so das blöde ist ich mach es mal von hinten oder ich habe mich 11 gedrückt gehalten aber das ist in ordnung der nächste gleich ist mein tritt wieder online in 3 zwei ne ist schon längst online tschau 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 rei doch nicht soo das tut deiner Stimme nicht gut Ach, die wissen, wo ich bin. Okay. Ja, so, jetzt wieder du und ich. Nochmal? Ah! Alter, dieses Rumgeschwinge ist echt anstrengend. Oh Gott, das ist so klar. Ich wollte jetzt, das ist der letzte und dann können wir, oder dann ist Odyssee für heute erstmal aus. Und natürlich habe ich so krassen Trouble mit dem. Oh, dieses Essenzen-Ding ist schon, schon echt. Hi. Ich meine, ja, nein. So passiert es halt. Hey, was war das? Ja, keine Ahnung, schau doch her. Kommt doch mal her. Ich trinke einen Kakao und warte auf die Frau. Äh. Ach, fuck. Das war zu früh. Ich war eine Sekunde, eine Glitz, Glitz, eine kleine Sekunde zu früh. Wieso kann ich den nicht abstechen? Oh, doch, 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 doch. Das war gerade sehr seltsam. Wieso konnte ich den nicht abstechen? Jetzt kommt der Fette. Ich gehe mal. Aha. Guten Tag. Einer weniger, dann schon mal gut. Ich warte ein bisschen, dass ihr euch verteilt und ich euch einzeln abfrischstücken kann. Wieso erkläre ich denen meine Strategie? Wow, das war nice. Äh, äh. Damit. Entschuldigung, Entschuldigung, lasst mich kurz mal vorbei. Entschuldigung, Entschuldigung. So, danke schön. Danke schön. Und du mit deinem blöden Geschwinge. Und du mit deinem blöden Geschwinge. So, das war gut. Äh. Äh. in der lucht der ist gerade auch noch ein bisschen aufgeregt oder? der trifft jetzt auch fast nichts mehr was hat er gesagt? schlechter als du riechst? au schreit doch nicht au 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 was gibt er mir? wow 49 drachmen alter der war wirklich not bad easy wirklich easy also ich bin kaum ins schwitzen gekommen meine hand trifft nicht ähm ja also alles gut hey ihr naja also der konnte ja gar nicht gewinnen weil ich hab hier gespeichert ja ich sterbe nur einmal ja gut schön ich dachte ja gerade so hä das waren doch zwei Gefangene gut gut aber spartanisches siegel wieso 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 habe ich nur zwei aber ok jetzt habe ich doch alle oder? wieso habe ich nur zwei von drei? naja ok egal das ist mir sowas von egal gerade wahrscheinlich da vorne oder? ich schaue mal kurz auf die Map äh kaufgeld für athener soldaten wieso hä wieso da draußen athener soldaten habe ich auch in Gedanken uff gut dann speichern wir und äh machen das nichts ich kann hier nicht speichern äh jetzt kann ich speichern gut neuer speicherstand sehr schön oh dann switchen wir mal hoch ähm warte ich muss die Kamera nochmal nach oben switchen wieso sieht man jetzt äh das ist äh blöd so ich glaube so ist es am besten so gut ich habe deshalb beim Turbinator gesehen dass er die Cam hier hat in der Mitte ich glaube das das ist am besten so ähm ja toll und das ist der Grund wieso kleine Entwickler keine Spiele mehr machen können ja so gut ähm mal schauen was haben wir äh nein äh was haben wir so was haben wir denn zu tun ähm wir haben gerade glaube ich oder ähm letzte Woche ähm hier genau die die Quest fertig gemacht weil ich an Gedanken sind ist jetzt noch Stufe 16 ja wir sind ja gleich 16 das passt schon so ähm 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 giftige Begegnung ähm ähm verbessert den Spiel belagerte Banditen griechisch welt griechisch welt ähm griechisch welt ähm wird das volk für gelegenheit ah genau spartanische siegel ja dann werden wir mal auf spartaner jagd gehen uhuhuhu ähm auf dem weg dahin mal schauen so ähm warte sache der Unterschiede entweder ich kriege meine Sachen nicht oder die ihre Kohle nicht oder ich kriege meine Sachen und die ihre Kohle nicht ja ok ja naja aber die Frage ist ähm ähm rake würdest du das machen ähm wenn du ähm wenn du ähm Geld also wenn du das Geld überweisen dürftest also wenn du jetzt Taschengeld hättest dein eigenes Konto und würdest du das dann machen ähm und EA mache ich das aus Prinzip ja EA hat da ziemlich verkackt das stimmt aber ähm egal gut jetzt mal Geschichte weiter kann dir eine Söldnerin behilflich sein? Fremder? in diesen entbehrungsreichen Zeiten ist nur der Verstand reich meine Schüler und ich sind wohlhabend im Geiste und verstehen deine Schüler wie reich du sie gemacht hast? es gibt den körperlichen Aspekt zu bedenken meine Schüler und ich sind gezwungen auf der Suche nach mitleidigen Gleichgesinnten umherzuwandern das macht uns verwundbar für Angriffe durch Banditen und Tiere und du bittest mich diese Tiere zu erlegen? ja sie alle müssen sterben ach ISO ist es immer so Banditen und Tiere ich will die Banditen töten nicht die Tiere Mann gut ich bin dabei du bist genau was ich brauche ja überlass das mir überlass das mir ich töte die Tiere die armen Tiere ja dann machen wir kurz mal die Tiere Tobi ja ich glaube ich würde es kaufen das ist nicht dein Problem warte warte hä was ist nicht mein Problem ja natürlich ist es nicht mein Problem was auch immer ähm die Quest ich dachte eigentlich die händler hätte ich jetzt gerade akzeptiert ah hier doch ähm muss auf Wanderschaft gehen um über die Runden zu kommen dabei war er allerdings Tieren- und Banditenschutzlos ausgeliefert und wieso darf ich nicht die Banditen töten? naja ok erledige die Löwen oh Löwen auch noch ja easy ok zu der Zeit sind Löwen auch noch nicht äh noch nicht so krass selten das kam erst zu Römer Zeiten wo die äh zur belustigen belustigung der ähm ähm der ähm ja so 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 Gefangenenbefreiung oh ja hallo da sind ja meine Banditen ja dann dann komme ich ja auch noch auf meine Kosten äh wollte ich gerade kotzen sein nein wollte ich nicht ähm ähm aber der ja wobei da da ist auch ein ähm ein Tier dabei so ja dann dann schalten wir die ey pass auf dann schalten wir die mal aus da hinten ist einer die haben das gesehen die haben das gesehen ja ok naja ok mein äh mein äh ist wohl lauter als so mancher äh mancher Sniper in modernen äh 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 ja den vergleich finde ich gerade ziemlich lustig so 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 ähm 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 äh ähm 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 wo ähm wie w jetzt bin ich umsonst hierher gekommen jetzt bin ich umsonst hierher gekommen naja nicht ganz umsonst du bist gestorben so ja cool also ja ich dachte wir müssen jetzt gegen alle kämpfen ja du bist spartaner spartaner kommt mir spartanisch ja das war doch mal erfolgreich hatte jetzt ehrliche seite sich gegen alle kämpfen was habe ich schon gesagt da ist das level ab sehr gut so mal schauen wir können jetzt richtig höchstleistungsangriff ok das ist nice feuerbeherrschung jägerfähigkeit halte rechtsger zum zielen gedrückt drücke r um zu schießen verschieße einen mächtigen aufgelandeten fall der tausend wurzelnd ist schon gekauft aber ich mache mal weiter klammheimlich tüte lautlos verringert die geräusche deiner bewegung und atemtaten ja das ist auch ganz nice okay okay warte warte das ist auch ganz gut bewege dich schneller als hermes für dich wird die zeit um fünf sekunden lange verlangsamen ja aber ich gehe auf bogen aber das da ist auch nice das ist wirklich höchst höchst attraktiv das vermisse ich zum beispiel bei valhalla dass man die die pfeile echt nicht während der schlacht halt oder während dem kampf neu basteln kann oder neu produzieren kann ist zwar ein bisschen logischer aber oh komm und ich muss die jetzt töten die chillt auch so schön im schatten well here we go warte mal rechtsklick warte ich glaube ich muss die fähigkeit noch noch nehmen was ich nicht drücke er um zu schießen und da muss ich noch ein bisschen reinkommen weil gerade hat das nicht mal also leertaste jetzt wieder tschuldigung tschuldigung ich wollte eigentlich auf den baum plättern aber so geht es ja auch tut mir leid tut mir leid okay jetzt schützen wir nicht mehr leid der hält ziemlich viel aus und ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich gerade den aufladenden pfeil machen damit er zurück geschleudert wird okay das war dumm na gut dann machen wir es halt alles cool mit den messern mit dem messer geht es besser und der bogen der tut's auch der hat mir noch eine mitgegeben kurz vor schluss mit dem messer Untertitelung des ZDF, 2020